Wird mir gar nicht... Doch, jetzt wird's mal angezeigt. Okay, ich dachte schon, was ist denn jetzt schon wieder los hier? Becher! Ah! Braue ich auch nicht. Blaue Bergblume, so was bräuchte ich. Das Erz behalte ich mal. Ähm... Ich mach' hier das so. Eisendolz brauche ich nicht. Holzschwert. Jagdbogen. Macht Schaden 8. Macht Schaden 9. Stahldolz brauche ich nicht. Stahlstreitachs brauche ich auch nicht. Aber ich mag die neue Musik irgendwie. Imperiale Schuhe. Finde ich gut. Ähm... Äh... Äh... Äh, Rolle ist Luft zu den Waffen. Brauche ich nicht. Essen. Essen brauche ich sowieso nicht. Ich kann nicht von... von Liebe und 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 Luft ernähren. Bücher. Sonstiges. Amethyst. Eisenerz 50. Ich hab' 50. Keine Ahnung. Ich war in der letzten Folge immer irgendwie... Ich mach' eigentlich ne Holzschale. Okay. Korb. Krug. Ich mach' eigentlich ne Laterne. Hä? Was hab' ich denn alles... ...mitgenommen? Ne Schale. Einen Teller? Wet and Cold... Icicle? Bitte was? Lach nur. Okay. Ich hab' noch keine Ahnung, wofür es ist. Vielleicht hab' ich auch jetzt schon hier... ...was Schlechtes getan, indem ich das verkauft hab', aber egal. Ich brauch' es jetzt nicht. Ich brauch' jetzt vor allen Dingen Gesundheit. Und... Können wir hier noch was machen? Ich hab' ja so Bock schon wieder... Stahlschmiedekunst hab' ich, ne? Ja. Einhändig... Schießkunst, leichte Rüstung, Schleichen, Schlossknacken. Das hab' ich. Dann brauchen wir hier 25, okay. Taschendiefschal, brauch' ich nicht. Redekunst... Feilchen. Äh, Feilchen. Feilchen. Du hast zu viel Blümchen geflückt. Ja. Ne, ich hab' grad' überlegt, äh... Du bekommst bestimmt ein Feilchen, wenn du jemanden anquatscht wegen Redekunst und... ...so. Das ist aber nett von den Leuten, dass wir die Blümchen schenken. Ja, ne? Find' ich auch. Ich mach' mal zuerst den Zerstörungszauber. Gibt's jetzt mehr? Nö. Am Spiel ist ja an sich nichts... ...verändert. Also, ich mach' meistens irgendwie so... ...bei Feuerschein fliegt das Ziel, wenn's in der Gesundheit sind. Find' ich aber eigentlich nicht so geil, okay. Ja, also ich mach' eigentlich immer, ich bin so Feuermagier. Weiß nicht wieso. Und wieder. Achso, und was ich noch nicht erzählt hab', huch. Das werd' wir jetzt bald sehen. Wui. Und in jeden... ...in jedes Haus zwei Kinder? Passt doch. Dann kannst du doch ein Kind nicht zu Hause alleine lassen. Ja, dann schick' ich halt die Frau mit hin. Oh. Inge Moos. Ich habe nix getan. Ja, ja, ist okay. Also, was ich jetzt mal so festgestellt hab'. Einmal das Feuer, sieht deutlich besser aus und es macht Licht, was ziemlich geil ist. Euch wurde doch kurz gesagt, dass ihr hier nichts zu suchen habt. Also kehrt um und geht dort hin zurück, wo ihr herkamt. Wir machen keinen Ärger. Alles, was wir möchten, ist nach ihr zu suchen. Mir ist egal, was ihr macht. Nach all dem, was geschehen ist, könnt ihr euch glücklich schätzen, wenn ich euch nicht ins Gefängnis werfe. Und jetzt verzieht euch. Wir kommen wieder. Es ist noch nicht vorbei. Ihr da. Wir suchen jemanden in Weißlauf und bezahlen gutes Geld für Informationen. Und wen sucht ihr? Eine Fremde in diesem Land. Rot-Vadone. Wie wir. Sie benutzt wahrscheinlich nicht ihren echten Namen. Wir bezahlen für jegliche Informationen über ihren Aufenthaltsort. Hab sie nicht gesehen. Wir sind hier in Weißlauf nicht willkommen. Ihr findet uns in Rorix-Dat, wenn ihr etwas erfahren solltet. Findest du cool, dass das auf zwei Bildschirmen läuft, ne? Ja, voll. Und warum sucht ihr diese Person? Das geht euch nichts an. Ihr müsst nur wissen, dass wir für Informationen bezahlen. Wenn ihr nicht interessiert seid, könnt ihr gehen. Ja. Weißt du? Sie können sich nicht ewig vor uns verstecken. Das ist auch so dumm. Von einem Drachen vernichtet. Äh, die bezahlen für Informationen, aber wollen wir nicht sagen, warum sie diese Informationen wollen. Ja, deswegen wollt's echte Söldner haben. Die fragen nicht, die machen nur. Ich kann also niemals Söldner werden? Nö. Äh, äh... Ja. Bin zu gern Söldner. Lass mich fragen, sondern nur machen Ich mag Macht Macht Arbeit Vor allem du, ne? Ja, ja Deswegen bin ich als Player Weil da muss man ja keine Videos schneiden Oder Sachen synchronisieren Oder Und Grafikmods austesten Ich glaube, ich hau den Lightning Mod wieder raus Weil der ist irgendwie nicht so geil, wie ich gerade dachte Also der Lightning Mod sorgt natürlich auch dafür, dass Jedes Feuerhalten das Ganze heller macht Aber dafür ist halt die Umwelt auch Deutlich dunkler jetzt Ich warte einfach mal ab, was ihr dazu sagt Ich nehme jetzt erstmal ein paar Folgen mit dem Modpack auf Und ihr könnt dann ja mal schauen, wie euch das gefällt Wir müssen nur hoffen, dass es auf YouTube nicht so dunkel wird Achso, ja, auf YouTube wird es natürlich schrecklich dunkel Das macht keinen Spaß Ja, du bist halt so intelligent Komm her, mein Pferdchen Mein Pferdchen sieht jetzt auch richtig geil aus hier Mit so einer richtigen Plattenrüstung oben drauf Ja, da reitest du gerne drauf, ne? Ja, ich reit doch immer auf allen drauf rum Hä, bitte was? Und jetzt begehe ich gerade wieder den ersten Fehler Ey, ich sehe echt gar nichts Oh Moment Ähm So steig ich ab, okay Pferdchen, du bleibst hier oder gehst nach Hause? Wir müssen uns dem Drachen alleine stellen Kein Drache weit und breit Aber es sieht aus, als wäre er hier gewesen Es sieht schlecht aus Aber wir müssen herausbekommen, was geschehen ist Und ob der Drache sich hier noch irgendwo auffällt Verteilt euch und sucht nach Überlebenden Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben Das ist bestimmt, ähm Hier, wie heißt der? Der Nachtschatten Huch Ja, das findest du wieder witzig, ne? Einz in den Himmel Im Himmel? Ganz nett Wer kommt zurück? Ich seh nix Ich muss jetzt mal hoch Ah, da Moment Da weiß ich was dagegen Wir haben doch einen Nordbogen Genau Mjomulnir Okay Drache Bleib stehen Lass dich jagen Komm her Komm her Bleib Genau Genau so Ich bleib einfach am Feuer stehen Denn ich bin resistent Aber ich brenne Ich brenne Aua Ich brenne Wo ist das Vieh? Huch Wo ist er denn? Hat er Huch Nicht schon wieder Ich geh jetzt hier runter Nein, 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 nein Ja, ist das Napalm oder was? Aber was brennt es denn noch weiter? Wo sind die Viecher jetzt hin? Immerhin hat er schon deutlicher Leben verloren Wenn du mir jetzt sagst, wo ist Warte, 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 warte Komm her Komm her Und lass mein Lass mein Pferd in Ruhe Dahinten steht irgendwo mein Pferd Lass mein Pferd in Ruhe Treff ich den von hier? Na ahnung, da ist ein Haufen Ja, ich seh echt gar nix Ich glaub ich treff den Ziemlich gut sogar Oh, ok So Sehr gut Schon wieder getroffen Er hat mich gerufen Doberkin oder so Ok Dann wollen wir runtergehen Ich wäre eine Angsthase Hui Lass ihn mal zum Drachen gehen Was ist denn der hin? Da Komm her Drache Hm Was haben wir denn? Stahlpfeile Wir nehmen Nordpfeile Sie hat irgendwie grad noch jemand verspeist Wir nehmen mal die Drachenschuppen Das Gold Und die Knochen So Den Rest Lassen wir mal Geht nur Halt Momentum Wenn dann will ich das Oh, ein Holzschwert So Cool Unter Schreie Mario Menü Kannst du den Schrei Und dann wird dir gemacht Okay Setz den neuen Schrei ein Dann schauen wir mal Magie Schreie Unerbittliche Macht Ich fasse es nicht Ihr seid Ein Drachenblut Warum? Achso Oh Gott Hey Drachenblut Wovon redet ihr? In den ältesten Legenden Als es noch Drachen In Himmelsrand gab Töten die Drachenblut Helden Drachen Und stehlen ihre Kräfte Das ist es doch Was ihr getan habt Oder? Ihr habt die Kräfte Dieses Drachen In euch aufgenommen Ähm 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 Keine Ahnung Ich weiß nicht Was passiert ist Ihr kennt jetzt Einen Schrei Den kanntet ihr Vorher noch nicht Oder? Das kann nur Eins bedeuten Ihr müsst ein Drachenblut sein Drachenblut? Wovon redet ihr denn? Stimmt Mein Großvater hat immer Geschichten über die Drachenblut Helden erzählt Jene die mit Drachenblut In den Adern geboren wurden Wie der alte Tiber Septim Höchst selbst Ich habe nie davon gehört Dass Tiber Septim Irgendwelche Drachen Getötet hätte Damals gab es Keine Drachen Idiot Sie tauchen nun zum ersten Mal Seit Ewigkeiten Wieder auf Aber die alten Geschichten erzählen Von den Drachenblut Helden Die Drachen töten Und ihre Kräfte Stehlen können Zu denen gehört ihr Bestimmt auch Was meint ihr Irillet Ihr seid ja so still Kommt schon Irillet Sag doch mal Glaubt ihr an diese ganze Drachenblut Geschichte? Einige von euch Sollten lieber Schweigen Statt über Angelegenheiten Zu tratschen Von denen sie Keine Ahnung haben Wir haben hier Einen toten Drachen Und das Verstehe ich auf jeden Fall Jetzt wissen wir Dass wir sie töten können Aber ich brauche Kein legendäres Drachenblut Jemand der einen Drachen Töten kann Würde mir schon reichen Ihr würdet es nicht verstehen Huskar Ihr seid kein Nord Ich war schon in ganz Tamriel Und habe viele solcher Bizarren Dinge gesehen Ich würde euch allen raten Der Kraft eures Schwertarms Mehr zu vertrauen Als alten Sagen und Legenden Das war ein Schrei Was ihr da gerade fabriziert habt Das muss einer gewesen sein Dann seid ihr ja wirklich Ich habe dir zwei Peine gemacht 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 Ich habe dir zwei Peine gemacht